Dick, was geraucht. Oha. I'm sorry, guys. I'm so sorry. Es tut mir leid, Leute, dass ihr das gesehen habt. Oh mein Gott. Wie geht's nicht gut? Ich bin in zwei Wochen da. Empfehlungen irgendwelche. Was soll ich dir empfehlen? Ich hab das nicht verstanden. Verzeih. Guys, please tip the stream. Please like the stream. Tipp the stream. Like the stream. Leute, bitte like the stream. Ja, bitte, Marwan. Das erzeugen wir keine. Auf jeden Fall nicht die hier. Ich hab euch gesagt diesen Scheiß. Und deshalb wollte ich euch die nicht empfehlen. So. Hört doch einfach mal auf mich. Ich gönne euch die guten Sachen. Ich erzähl euch gerne meine Make-up-Proteine, meine Produkte, alles, was gut aussieht. Ich bin so ein Mensch. Ich gönne das wirklich vom Herzen. Ich hasse Menschen, die das... Keine Ahnung, die euch nicht so gönnen. Wisst ihr, was ich meine? Deshalb hab ich gesagt, kauft euch diese Linsen nicht. Diesen Müll. So. Ich empfehle euch welche. Die sind sehr gut. So. Mit Rest der Moody's zum Ese gemacht. Nein, RS7. Ich hab dich gar nicht gesehen. Ich schwöre, ich hab bis jetzt gerade die ganze Zeit nur Maida gesehen. Ich hab dich gar nicht einmal drinnen gesehen. Das war das Problem. Ich wusste gar nicht, dass du drinnen bist. Du bist natürlich auch immer super mit dabei. Natural eyes or context? That are my natural eyes. Thank you, Dimitri. Ich bin sehr froh, dass du wieder live dabei bist. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr dabei seid. Dimitri ist ja nicht Dimitri. Dimitri ist irgendwie so. Irgendwie so, Alter. Hello, Beauty. Hallo, Adriana. Du süße Maus. Mach-Burak. Danke schön. Hallo, Mach-Burak. Hallo, Mach-Burak. Hallo, Mach-Burak. Vielen Dank. Dafür. Ich bin so gefährlich, ja. Hey, wow. Hi. I love you. Dankeschön, umgesagt. Wie viel Uhr ist es bei dir? Zwei Stunden später als bei euch. Gefährliche Musmus. No. Hey, Jason. Hola, hola. Hola, Johnny. Welches Make-up empfiehlst du? Das. Ich benutze zur Zeit das von Giorgio Armani. Aber ich teste jetzt demnächst sehr, sehr viele. Oh, Leute. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe so Schmerzen irgendwie am Auge. Ich habe das Gefühl, Leute, die machen mich da doch auch nochmal ein Auge. Guckt. Und deshalb höre ich am Tag so oft. Ayatul Kursi und alles. Talahun. Bin ich der Talahun? Oder bist du der Talahun? Was für Brücke lese die ganze Zeit auf mein... Ach so, das muss man dahinter schreiben, sonst wird das gesperrt. Wie ist die Brücke? Welches? Ich werde euch auf jeden Fall sehr viele Make-up-Dutorials abdrehen. Ich werde euch Dinge von meinem Leben, Lifestyle, Make-up, Sport... Ich werde etwas machen, was jeden anspricht. Okay? Also, dass meine Seite nicht so tot ist. Check dir, was ich meine. Ähm, marry me at all my... Oh, was? Please follow me on Insta, on TikTok, on everything. Thank you so much. Du bist ja immer noch wach. Ja, ich bin immer noch da. Leute, ich muss ein bisschen Werbung für mich selber machen, ne? Dankeschön, Jilmaz. Mach mal ein paar Tropfen von dem Kontaktlinsen, wasser ins Auge. Okay. Du siehst jetzt im VK. Boah. Leute, nicht wundern meine Haut. Guckt mal, wie das einfach alles abgeht. Ähm, ist voll empfindlich. Wenn ich die einmal anfasse, wird die sofort rot. Boah. Und eure Oli-Teen-Kommentare könnt ihr euch auf jeden Fall sparen, Leute. Weil, äh... Na, man sieht mit Make-up einfach nicht gleich aus wie ohne Make-up. Pff. German, yes. Boah. Das fühlt sich an wie ein Traum. Ich sag euch ganz offen, ehrlich. What shade is Huda-Beauty-Huda? Ähm... Poundcake. Hey, wisst ihr, wie gut sich das anfühlt? Ich muss gleich mein Gesicht waschen. Ein bisschen süß will ich jetzt noch aussehen, ne? Sonst ist das jetzt alles ein bisschen doll. Deshalb lassen wir die Wimpern dran. Ob ich hab die irgendwie auch schon teilweise abgemacht. Now I have to wash my face, but we'll be here just for like five or ten minutes and then I go and shout out. How did you learn English just from movies, from videos and everything? Jetzt eine Runde Mafia, hör auf. Ähm... Pack mal den Büro, Leute, ich kann nicht jedes Land in meine Bio packen. Bitte versteht das. Das, was gerade in Palästin passiert, das könnt ihr gerade gar nicht mit anderen Ländern vergleichen. Do you like sports? Yes. Ähm... Thank you so much. Wow, danke schön. Danke, danke, danke. Ähm... Leute, wie spät ist es? Boah. Würde es gerade süß aussehen, wenn ich meine... 2 auf 4... Wie lange soll ich noch online bleiben? Ähm... Wie soll ich noch... Wie lange soll ich noch bleiben? Ich wollte einmal sehen, ob das süß aussieht. Nein, irgendwie... Irgendwie ist es auch besser ohne. Oh mein Gott, Crash Elida. Dankeschön. Ähm... Why are you... Boah, warum... Guckt mal, das hasse ich. Ich habe jetzt zum Beispiel meine Wimpern also fast abgemacht. Die sind jetzt auch schon fast ab. Jetzt sehen meine Augen einfach verschieden aus. Damn you, beautiful. Thank you so much. Thank you, Hibbats. Ähm... Bist du schon im Iran gewesen? Nein. Wie spät ist es in... Äh... Dubai? Es ist 2 Stunden später als bei euch. 2 Uhr. Es ist 2 Uhr, Leute. Dankeschön, Bilal. Thank you. Ähm... Do you have a skincare routine? I will post it in Shara. Oh, das... Pfff... Wie bei mir schon 4. Leute, wie, 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 wie... Also, wie, 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 wie... Wie lange soll ich noch online bleiben? Okay, okay. Yes. Ey, mein Handy spinnt gerade komplett. Komplett, komplett, komplett. Ich habe auch komplett alles ausgeschaltet gehabt. Es funktioniert gerade einfach nicht. Bis 10 nach. Ähm... Nicht mehr lange. Okay. Omar, wie geht es dir eigentlich? Was hast du heute so gemacht? Was machst du bei Leben? Ich lebe hier. You take them already. Ähm... You're so amazing, gorgeous. Thank you so much. What language is this? This is German. I want... Want to be American. I got your mama. What? Wie lange wird es... I love your lovely, beautiful face expression. Thank you so much. Omar ist auf Jagd. Nein, ist er nicht. Er ist nicht so. Ähm... You're so stunning, Maschallah. Thank you so much. Ähm... So beautiful, thank you. Ist es 10 nach, Leute, oder 15 nach? Bist du Latina? Äh, nein. Your earrings are beautiful. Thank you so much. Wollte, damit ihr das auch mal seht. Einfach... Ey, wo ist mein Helix? Wo ist mein Pissing hier oben? Okay, 2.15 Uhr. Es läuft auch gerade gut. Eigentlich ist es sehr, sehr gut für meinen Kanal gerade. Wenn ich... Länger live bin. Eigentlich... Bis 7.000 Follower wäre richtig... Fuchs gewesen. Aber... Scheiß drauf, ich mach das morgen oder so. 2.7 Uhr. And are you doing? Okay, Leute. Ähm... Noch 8 Minuten, dann gehe ich. Geh ich. Guys, I'm staying 8 minutes. And then I will go. Habt ihr... Dankeschön. What language is this? This is a German, but we can also talk in English. You just have to ask me some questions in English. Ähm, ja. Ah, Juli Bernice? No, I'm Afghan. Wo bist du in Dubai? Äh, ich bin gerade in Hils, aber ich bin bald in Daumentall. Wann stehst du auf, dass du so lange wach bleibst? Ey, Meida, mein Schatz, ich schwörst du, ich hab die letzten Tage wirklich immer nur so 4 Stunden geschlafen. Und seit gestern, also gestern, also gestern hab ich das erste Mal mal wieder 8 Stunden geschlafen, Alhamdulillah. Und morgen, das Ding ist, ich verdiene halt mein Geld gerade so entspannt, deshalb kann ich ausschlafen, solange wie ich möchte. Ich... keine Ahnung. Any beauty tips? Ähm, eat healthy, drink a lot of water, take fruits, take vitamins in a natural way. And, yeah, I think that is the most important thing. Don't try it with, ähm, I don't know, fake stuff. Sch... Chemical? Chemical? I don't know how it's called in English. Stuff. Ähm, do it with natural things. Aloe vera or other stuff, you know what I mean. Warum bist du nach Dubai ausgewandert? Weil Dubai am sichersten für eine Frau ist und ich halt alleine ausgewandert bin. Have good jeans, get... Ah, I can't, äh, I can't pronounce it. Grill cheese, please. Brissy, brissy, ja. Inshallah schaffst du alles das, was du dir wünschst. Ich wünsche dir das hundertfache. Vielen, vielen lieben Dank. Ich mach euch bald Routinen. Äh, was machst du genau? Leute, ich werde euch auf jeden Fall erzählen, wie ich mein... Thank you guys. Äh, ich werde euch auf jeden Fall erzählen bald, wie ich mein Geld verdiene, weil ich... Ich verdiene ja, also so Leute, ich kann mir das alles nicht einfach so leisten, ne? Ich mach schon was dafür, aber das Ding ist, ich mach nichts mit anderen Männern, ich hab kein Sugar Daddy, ich mach kein Onlyfans oder so eine Kacke. Leute, bitte denkt sowas nicht, das bin ich nicht. So bin ich nicht, wenn ihr mich ein bisschen kennenlernt, verfolgt mich in meinen Livestreams, dann wisst ihr, was für ein Mindset ich hab. Dass sowas nicht in meine Welt reingehört. Es ist halal, es ist alles korrekt. Ich erzähle euch das alles am Montag oder Dienstag. Are you Brazilian? No, I'm not an Afghan. Ich werde euch das inshallah am Montag oder Dienstag... Leute, ich mach gerade so... Ich muss erstmal... Ich will dann erstmal dieses Geld noch mehr beiseite haben und dann erzähle ich euch alles. Und warum kleben meine Wimpern so? Call me Papi. Als ob du Afghanen bist, ey, aber ich will auch Auswandern, aber ich weiß nicht wohin. Dubai! Dubai und... Ja, ich bin Afghanen. I thought you were Mexican. No, I'm Afghan. Brasilianer? No. Welche Wimpern? Das sind die von GM. How old are you? M22. Image being my... Imagine. Hello, beauty. Hello, Egyptian or Afghan. Hi, did you have a nose surgery? It is so cute. Thank you so much, but no. But no. Ich finde die... Dann lass mich einmal entspannt, ne? Wenn sobald der Livestream zu Ende ist, Leute. Wenn die Nummer nicht richtig war von den Wimpern, wartet einfach eine Sekunde, bis ich offline bin. Ich gucke in meiner Bestellliste nach und ich werde euch das auf Instagram posten. Oh, Frani, yes. I'm Muslim, Alhamdulillah.